Für Sabine gibt es kein Halten mehr. Dieses Ehepaar auf dem Brocken wird vom Sturmtief voll erwischt. Wer hier unterwegs ist, begibt sich in Lebensgefahr. Ich schaffe es nicht. Mir wurde geholfen. Mit 120 kmh haben die Böen hier aber noch nicht ihre Spitze erreicht. Erwartet werden hier oben bis zu 175 Stundenkilometer. Das Sturmtief trifft zunächst mit bis zu 120 kmh auf den Westen. In der Nacht wird dann ganz Deutschland mit bis zu 130 kmh erfasst. Am Montag erreicht Sabine den Süden und wird hier noch weiter wüten. Wie bei Orkan Kyrill 2007 wird mit erheblichem Zerstörungspotenzial gerechnet. Die Feuerwehr rät dringend dazu, Vorkehrungen zu treffen. Schauen Sie einfach mal von außen auf Ihr Gebäude rauf. Gucken Sie, ob irgendwelche großen Windlasten da sind. Markisen einrollen, Sonnenschirme runterklappen oder vielleicht auch nur eine Plane festbinden, sodass da die erste Gefahr schon gehindert ist. Außerdem die Warnung, wer kann, sollte zu Hause bleiben. An der Nordseeküste haben die Piloten Mühe zu landen. Mittlerweile ist der Flug- und Fährverkehr eingestellt. Die Bahn hat die Fernverkehrsverbindungen an die Nordseeküste unterbrochen. Auch in Niedersachsen fährt kaum noch ein Regionalzug. An den großen Flughäfen sind bereits hunderte Flüge gestrichen worden. Allein in Frankfurt sind es rund 100. Sabine hat dagegen Großbritannien unter dem Namen Chiara schon voll im Griff. Ein Vorgeschmack auf die Kraft des Sturmtiefs.